Der kritische Bereich einer hochbelasteten Nutzfahrzeugfeder ist ihre Oberfläche. Leichte Ungänzen in der oberen Schicht können dabei Ansätze für Risse bilden. Schließlich kommt es zu einem Federbruch, meistens genau im falschen Moment. Um das zu vermeiden, werden hier bei Schomecker die Oberflächen unserer Federn durch Kugelstrahlung bearbeitet. Durch diesen Prozess wird die Oberfläche homogener und es wird eine Druckeigenspannung eingebracht. Um die volle Wirkung zu entfalten, muss diese Druckeigenspannung bis zu einer exakt definierten Tiefe eingefragt werden. Überprüfbar durch ein Röntgendifraktometer? Eine Untersuchung, die wir hier bei Schomecker standardgemäß vornehmen. So ist es kein Zufall, dass Schomecker Federn eine weitaus höhere Lebensdauer aufweisen. Eine höhere Lebensdauer bedeutet höhere Sicherheit. Schomecker Sch. Untertitelung im Auftrag des Z конф